Du bist zu spät. Wie ist es dann, was mit Daniel passiert? Irgendwie... Irgendwie kannst du ihn verstehen. Ja. Naja. Kennst du das nicht? Ich meine... Das ist ja vielleicht auch ganz normal. Ja, klar. Und irgendwie hatte er Lust, dich zu ficken. Du, das kenn ich. Das kommt so aus der Mitte. Das ist so ein Impuls. Jetzt war mal nicht gleich so ein Film, ja? Ich fahr überhaupt keinen Film. Ach, du hast einen Knall. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dir? Was denn? Das tut immer... Das tut immer... Das tut immer... Untertitelung des ZDF, 2020